Kann ein Handlauf im Pool montiert werden, nachdem dieser eingebaut worden ist? Es ist nicht möglich, einen Handlauf in einem Schwimmbecken zu installieren, nachdem dieser eingebaut worden ist. Man sollte sich schon beim Poolkauf entscheiden, welche Elemente im Becken installiert werden sollen. Ein Handlauf, der beim Ein- und Aussteigen helfen soll, ist am besten außerhalb des Beckens, aber direkt beim Einstieg auf festem Boden einzubauen. Warum ist es ratsam, einen Handlauf für den Pool zu kaufen? Der Pool wird dir viele Jahre dienen und du wirst nicht immer jung und fit wie Achilles sein. Deshalb empfehlen wir einen Handlauf im Becken zu montieren, der beim Ein- und Aussteigen hilft. Er kann auch für Kinder hilfreien sein. Der Handlauf kann über die Gegenstromanlage montiert werden. Die Entscheidung für die Montage eines Handlaufes sollte während der Poolmontage getroffen werden, da sie auf der anderen Seite der Poolwand mit Beton verstärkt werden muss. Und das ist auf der anderen Seite der Poolneuse.